Willkommen mal wieder zu einer Runde SG auf gommahd.net Am Start heute auf Longdong mal wieder mal sehen wie die Map läuft Ich hoffe wir werden nicht total schlecht dastehen Sondern es wird irgendwie laufen Wer will teamen? Keiner Mann in Teams erlaubt mir doch keiner Team Junge Was soll dat denn? Ich hoffe ich bekomme in der Startruhe irgendwas sinnvolles Ja ein Schwert immerhin Immerhin haben wir ein Steinschwert Besser als gar nichts würde ich mal sagen Wir reisen mal erstmal in diese Richtung Oh eine Angel haben wir auch direkt bekommen Schön schön Da haben wir auch schon das erste potenzielle Opfer Oh Come on Digga digga Da fliegt er Ich weiß nicht hinter wem ich her soll Ich geh mal hinter dem her Ich war gerade perplex Weil so viele Gegner Da kann man sich doch gar nicht entscheiden Nice Danke für die Hanisch Danke für den Helm Bam Komm her Komm her Alter Du Ungefahrschnitt Du Ungefahrschnitt Bleib stehen Mann Ah Jo 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 Komm 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 Ja Ja Kids Kids Auf jeden Fall lade ich ja meine Runden Es geht immer rundenweise hoch Ich hoffe das ist okay Ich glaube ich wahrscheinlich mittlerweile voll ungewohnt Ne Weil ich immer noch Runden ran hänge Bei Skywars und so Aber SG habe ich ja immer schon rundenweise nur hochgeladen Deswegen nochmal sehen wie die Runde hoffentlich wird Hast du Hast du Ex Hast du Ep Hast du Ex Freundin Ich brauche den Helm tatsächlich von dem So dumm es klingt Ich brauche den Helm Bleib mal stehen Das ist der den ich schon verfolgt habe heute Bleib stehen Mann Ich muss dich weiterhin töten und verfolgen Töten habe ich ja noch nicht Aber Er dreht sich um umzugucken Okay das scheint ein Randy zu sein Muss ein Randy sein Wer sich umdreht um zu gucken ob er hinter ihm ist Ja 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 Und ich komme nicht hinter ihm her Und ich komme einfach nicht richtig hinter ihm her Und er ist down So einen Bogen haben wir bekommen Das ist schon mal nice Immerhin etwas Ich glaube da oben könnte jetzt ein Gegner sein Beim Flugzeug Das sind ja mal gerne Leute Ich hoffe ich hoffe Ich bekomme demnächst vielleicht endlich mal Einen neuen Thumbnail Für Skywars und SG Von einem echt guten Designer Da bin ich schon echt gespannt Wie das aussehen wird Ich denke es wird richtig awesome werden Wie gesagt ich bin da schon selber ein bisschen gespannt drauf Mal wieder was professionelles an Thumbnails zu haben oder so Weil ich selber bin ja nicht so der Pro Wenn es um Thumbnail geht Ich bin kein Designer Ich bin ein dicker Junge Weg ist er Weg ist er So da oben ist einer Der ist wahrscheinlich gerade echt gut im Staff nebenbei geholt Da ist noch einer Eine Eule Oder ein Ausguck Eine Eule Ein Ausguck Ist doch alles dasselbe Oh shit Oh shit Wow shit So eigentlich habe ich noch drei Pfeile Ja jetzt habe ich keine Pfeile mehr Essen habe ich auch nicht mehr so viel Aber der hat richtig guten Stuff halt Eisenschwert und so Sollte ich jetzt nicht unterschätzen Oh Junge 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 Aber ich hätte gerne das Eisenschwert Das ist halt das Ding Das ist halt das Ding Na ich versuche mal ein bisschen defensiv zu spielen Auch wenn ich ihn gerade hinterher renne wie so ein Ömel Ah ich muss mehr essen Ich habe kein gutes Essen dabei Das ist ein bisschen so das Problem Warum macht er das frei? Will er Feuerzeug planten? Okay Jetzt muss ich weg Oh shit 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 Man Oh man Oh man So eine habe ich ihm wieder mitgegeben Ja Turnaround Hat mir den Arsch gerettet Oh mein Gott Hat das mir den Arsch gerettet So den Arsch einfach gerettet Der Turnaround Oh mein Boah Da hatten wir mehr Glück als verstanden Das war spannend Ja wie gesagt Bin ich echt gespannt auf die Thumbnails Auf jeden Fall Mal wieder welche zu haben Von dem Profi Und ich bin auch voll neidisch Auf die Intros Von Huawei Oder Creeper Farts Oder Soul Flare Wie man den am besten ausspricht Keine Ahnung Ähm Die haben auch richtig coole Intros Bamzen Ah Der kleine Anzünderboy Ne Der Anzünderboy Ein Hit mitgegeben Aber leider auch nur einen Oh das Feuer hat nicht funktioniert Also natürlich Pech für ihn Wir müssen jetzt am Ball bleiben Wir müssen am Ball bleiben Der hat runtergesprungen einfach Och Junge Muss das sein Habe ich gar keinen Bock drauf Ja ich kann natürlich keinen Hit mitgeben Weil ja ist ja klar Warum auch Alter Ja Wo kommt der denn her Verschwinde alter Verschwinde Alter Nein Nicht looten Böser Junge Jetzt lootet der ernsthaft den Stuff Alter Ja 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 Den habe ich auch noch bekommen Ich habe gerade so viel Glück Mann Ich habe einfach nur Glück 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 So einer war down So einer war down Schade Ich habe einen Like und ich werde unterlassen Und bis zur nächsten Folge Ich habe einen like und ich werde unterlassen Ich habe einen like und ich werde mit dem Ich habe einen like und ich werde mit dem